Wir haben es geschafft. Also, jetzt sind wir gerade angekommen. Und, ja, wir versuchen jetzt erstmal ein paar Ankauf. Ja, wir haben uns die Tickets gekauft. Das heißt, morgen geht es nach Anurathapura. Und, ja, mal gespannt, wie es dann wird. Also, das ist jetzt unsere erste Unterkunft. Also, ja, mal ein bisschen auf die Karte. Heute geht es, wie gesagt, nach Anurathapura. Und, ja, genau. Dann laufen wir jetzt noch ein bisschen hier in Colombo rum. Und, ja. 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 Wir sind jetzt in Anurathapura. Und, ja. Und, ja. Und, ja. Und, ja. Die Türkei sind in der Türkei geboren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein bisschen sonnenverbrannter als gestern, sind wir jetzt am Busbahnhof und fahren ja jetzt gleich nach Trincomalee los. Wir fahren gleich dreieinhalb Stunden oder so. Der Bus hat sich ein bisschen gefüllt. Wir haben jetzt sogar tatsächlich eine Unterkunft gefunden, direkt am Strand. Allerdings, ja, hier. Das ist der Burner. Ja, und ja, also ich meine, der Preis geht, aber naja, schaut es euch selber an. Es gibt sogar ein Kissen, das ist schon mal sehr vorteilhaft. Zwei Leute. Ja, das ist auch schon alles. Also es ist irgendwie sehr, sehr, sehr bescheiden. Hey, 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 I'm good to go. I'm snared and I'm smitten like a scared little kitten, but I'm not afraid to tell you anymore. I gave up denying and I've stopped always trying to avoid the things that freaked me out before. I was afraid of fear itself. It took so long to leave this shell. And yeah, I know I've been a little slow, but hey, 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 I'm good to go. Musik 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 I'm good to go It's all right walking around this old and empty house So hold my hand, I walk through my dear The stars creak as you sleep is keeping me awake It's the house telling you to close your eyes Fast days I kill you, this drives my soul It's keeping me to see you this way Immer wieder überrascht wie unterschiedlich sind Heute mal ein Tag am Strand Bisher sieht es aus, als ob es ziemlich voll wäre Es ist ziemlich, ziemlich voll Aber witzigerweise sind es einfach Kilometer weiter gar nichts mehr los Und da gehen wir jetzt hin Enchi Säme Isso We are living with an Acast 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017